jo hallo freunde das soll eine schnelle ergänzung werden zu meinem quicktip wie ich einen rucksack schulter und ich habe heute einmal meinen großen mit und das zirka mit 18 kilo beladen und jetzt zeige ich euch dass das auch mit so einem teil ruckzuck geht ohne viel anstrengung lasst die schulterriemen extrem lang dann könnt ihr schön durchfädeln nehmt das teil irgendwo wo ihr es festhalten könnten ist der am rücken ja in dem sinn sage ich einmal wieder danke fürs zuschauen für die kleine erweiterung und in dem sinn man sieht sich beim nächsten mal ciao und servus